Zugegeben, das Gedränge bei 32 Grad, das war nicht so meins, aber nun kann ich sagen, ich war bei den Stones, gestern Abend in der ausverkauften Berliner Waldbühne. 1965 hatten die jungen Fans die Waldbühne nach dem Konzert komplett zertrümmert. Diesmal waren viele froh, die steilen Treppen noch zu schaffen. Hinter mir eine Rentnergruppe aus Hannover, einer läuft auf Krücken. Vorigen Mittwoch waren die schon beim Stones-Konzert in Gelsenkirchen. Zu manchen Stars geht also gern zweimal, wer es sich leisten kann. 1965 gab es Tickets ab 6 Mark, diesmal bis 600 Euro. Sind die Preise der Grund für die Zurückhaltung? Nicht nur. Die Kölschrocker von Casalla etwa gab es ab 25 Euro und trotzdem musste die Tour nun abgesagt werden. Lady Gaga ausverkauft, Revolverheld fällt aus. 225.000 beim Parookaville in Weze, das Ruhrpott-Rodeo am Flugplatz Dienstlaken dagegen, muss mit Crowdfunding gerettet werden. Trotz Danger Dan als Hauptact. Schecks für die Künstler sind eben nicht alle durch die Kunstfreiheit gedeckt. Zu leiden haben vor allem kleinere Bands, die kaum Geld verdienen durch Plattenverkäufe oder Streaming-Dienste. Trauen sich die Menschen noch immer nicht in kleinere Auftrittsorte wegen der Ansteckungsgefahr? Oder geben sie ihr Geld lieber für große Acts aus wie die Stones? 2022 knubbelt es sich in den Hallen und Stadien, weil alle ihre ausgefallenen Tourneen nachholen wollen. Das Angebot übersteigt derzeit die Nachfrage. Die Branche sagt, sie leidet unter Long-Covid. Ohne Lockdown keine Corona-Hilfen. Jetzt trennt sich die Spreu vom Weizen, obwohl die Spreu oft die interessanteren Konzerte bietet. Und die günstigeren, die sollten wir unterstützen. Eigentlich. Ich frage nach hinten, war super, oder? So dicht dran an Mick und Kies in der Waldbühne. Gelsenkirchen war besser, sagen die Rentner und humpeln nach Hause. Gelsenkirchen war besser, sagen die Rentner-Hilfen-Hilfen-Hilfen-Hilfen-Hilfen-Hilfen-Hilfen-Hilfen-Hilfen-Hilfen-Hilfen-Hilfen-Hilfen-Hilfen-Hilfen-Hilfen-Hilfen-Hilfen-Hilfen-Hilfen-Hilfen-Hilfen-Hilfen-Hilfen-Hilfen-Hilfen-Hilfen-Hilfen-Hilfen-Hilfen-Hilfen-Hilfen-Hilfen-Hilfen-Hilfen-Hilfen-Hilfen-Hilfen-Hilfen-Hilfen-Hilfen-Hilfen-Hilfen-Hilfen-Hilfen-Hilfen-Hilfen-Hilfen-Hilfen-Hilfen-Hilfen-Hilfen- Untertitelung des ZDF, 2020